Es ist halt die Frage jetzt, ob der was drauf hat. Könnt ihr den halt killen und dann wenden, ne? Das ginge wohl. Oh, Digga, das wär jetzt krass gewesen, wenn jetzt Danny gekommen wär. Maaannn! Bye, have a great time! Okay, was ich grad sagen wollte, ähm, ich wollt genau gerade in der Leiche reporten. Und es ist legit bei Madbay. Und ich hab legit, ich wollt grad sagen, an mir sind Revi und Trimax vorbeigelaufen. Wenn Trimax oder einer von denen tot ist, dann ist es Revi. Okay, wer liegt? Ganz kurz. Wer liegt da? Ja, Trimax, die weiße Leiche. Ganz kurz, wer ist, ähm, wer ist bei mir gerade oben? Reactor-Labority-Labor. Ich bin gerade da zurück, diesen langen Gang Richtung, was ist das, Cafeteria? Okay, also, Danny hat gesehen, wie Revi bei der Leiche von Trimax war. Jetzt müssen wir nur noch klären, ob jemand... Nicht bei der Leiche, nein, 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 warte, warte, warte. Achso, nein, 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 schau mal, ich hab Max eben, ich hab... Danny hat die Leiche gefunden, lass Danny reden. Na, also ich hab, ich konnte die Leiche nicht reporten, weil Revi hat ja eine Emergency aufgemacht. Ich wollte grad die Leiche reporten. Auf jeden Fall, ich war, ähm, im Gang vom Locker Room und Communication. Da wurde halt diesen, also, Madbay auch da unten, in diesem kurzen Gang. Ähm, da hab ich Ry, äh, wahrscheinlich Rymax, äh, Trimax und Revi gesehen. Der Rymax? Ich hab Meeting gemacht, weil ich mir relativ klar war, dass Leute da angehen sollen, deswegen einfach mal Vorsitz haben. Dann wurde es eigentlich noch vorher gemacht, aber... Okay, pass auf. Wie heißt das, wenn, da, wo ich grad eben war, in diesem Raum, äh, mit Max, wenn man nach links läuft, da zum Spawn, ist Cafeteria, ne? Da bin ich nämlich jetzt gerade eben lang gelaufen. Oder was ist das? Also, ich bin eben nach links weggelaufen, da runter den Gang, keine Ahnung. Ich war die ganze Zeit, ey, ich bin die ganze Zeit bei Max gewesen. Ich hab mir, ich hab's auch nicht gewesen, weil ich es kippe mir. Ey, nein, Revi hat mir keinen Ahnung. Hey, what the fuck? Es gibt doch überhaupt kein Proof dafür, Bro. Digga, hä, Digga, ich bin nicht weggelaufen von der Leiche. Ich war nicht bei der Leiche. Digga, das ist so scuffed, Alter. Wenn jetzt hier gevotet würde, das ist so stupid. Ey, Digga, das ist so affig, Alter. Das ist so dumm. Holy shit, wie stupid. Oh, Mann! Alter! Max! Das hat dich schon gesagt, er ist es. Hätte ich gewusst, wo der Emergency Room ist, wäre ich da hingeschrittet. Alter, ich war im Vant drin, ich war im Vant drin und steckte gerade noch so drin und dann hat Danny mal einen Kopf gefühlt noch im Vant gesehen, Alter. So Müll. Scheiße, weil dieses dumme, weil das scheiß Emergency Meeting da reinkam, Digga. Shhh. Bip, bup, 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 bup. Ist gelb tot, gelb ist... Was papern? Ist jemand mit, äh, gelb mitgelaufen? Nope, ich war gerade, also ich war gerade bei Kevin und bei Caruso. Ja, ich hör das. Ne, achso, ne, dann war ich jetzt nicht. Ja, ich war mit Danny in dem, ich weiß nicht, wie heißt der Raum da? Kann jetzt jeder jeden anderen decken oder haben wir irgendeinen Einzelraum? Ich kann, ich kann Max, ich kann Max decken. Also ich kann, ich kann Caruso und Papa Platten, habe ich gesehen. Okay, Reef, kann irgendjemand Reef, Vace oder Danny decken? Reef ist an mir vorbeigelaufen und Dominik kann mich decken, weil ich mit Dominik im selben Raum war. Skip und für Reef wegrennen. Achso, ich habe jetzt einfach für sie gevotet, never mind. Okay, Leiche bei Elektro. Wie haben wir da gerade oben links noch langlaufen sehen? Das war ich. Ich war gerade bei Antonia und bei Reetze. Reef war wieder in der Nähe. Und ich war gerade neben Reetze, Mann. Ich bin doch nach dir mit dir in den Raum rein. Ich bin sogar nach dir in den Raum rein. Ja, aber vielleicht bist du ja rausgegangen und er hat reportet. Ja, ich war aber doch die ganze Zeit bei Rees. Das war... Echt, wie? War Reef die ganze Zeit bei dir? Also wenn ich Antonia richtig rene, dann lügt sie gerade. Das ist ja auch die ganze Zeit bei der Linkse. Aber naja, wie gesagt... Sorry, ich will nicht dicken hier, Alter. Lass doch mal Reetze ganz kurz reden. Ja, guck mal, deswegen ist Reef war schon bei mir dabei. Er war mal kurz weg, aber ich glaube... So wie Reef, also ist nur Front, aber man sieht halt schon, dass du jetzt noch nicht so die Map und so kennst. Überhaupt nicht. Ich laufe die ganze Zeit los rum und mach die Tasche. Also ich sage Antonia übers Hass. Es wird jetzt nicht mehr gesprochen, Antonia, du bist raus. Es wird nicht geredet. Mundtot, 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 Mundtot. Nein, 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 Antonia, das darf keiner was sagen. Und dann raus jetzt hier mit dir. Ganz schnell, raus, raus. Ja. Oh, das war geil. Geil, das war so geil, wie wir sie rausgesautet haben. Oh, Digga, fünf Kopf. Das schmeckt. Eins in den Chat, eins, eins in den Chat. Ähm, okay, gleiche. Digga, Romatra, wo warst du? Ich weiß es nicht mehr. Ah, ja. Ich weiß, wo ich war, aber ich weiß nicht, wo du hingelaufen bist. Wer ist jetzt gerade raus? Kevin ist stuorben, Waze gestorben. Ja, Kevin und Waze gestorben. Was the fuck? Am Anfang, ich hab tatsächlich Waze verdächtigt, weil da war bei Strom, wo du dich ja machst, stand Waze einfach nur neben dem Kasten und hat nichts gemacht. Und dann wollte ich hingehen machen und auf einmal ging ich wieder an. Deswegen war ich mir dann unsicher. Dann wollte ich Actually Emergency Call gehen, Waze rufen, aber ich weiß nicht, ob es worthwhile oder unnötig wäre. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich eben die ganze Zeit bei Romatra gewesen bin und ihm hinterher gerannt bin und er hätte mich safe töten können. Ist aber nicht passiert. Also Romatra. Ja, Reese war es auch nicht. Dann müssen es Danny oder Trimax gewesen sein. Also das Ding ist, ich hab gerade die blaue Leiche gefunden und Danny ist davon weggelaufen. Danny ist grau, oder? Danny ist grau, oder? Ja, Digga, safe. Hey, Romatra, ich war doch die ganze Zeit bei dir. Ich war die ganze Zeit bei dir. Du warst nicht ein Cent bei mir. Hey, ich war bei Romatra. Ja, wir waren die ganze Zeit zusammen. Ja, klar waren wir zusammen. Aber ich hab Danny, True, oben gesehen. Nein, Reese, Reese, also da musst du jetzt entscheiden, wen wir wollen. Hey, wartet mal, wartet mal ganz kurz. Wenn sich Romatra und Revi decken und die ersten Runden war Romatra immer bei mir. Das ist so schlecht. Revi hat die zwei Kräfte nicht gemacht. Nein, das ist so extrem schlecht, dass er sagt, oh, wo warst du Romatra? Ey, geht weg, tötet weh. Normalerweise ist er immer... Ich, ich calle, ich calle, ich calle. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ich calle Danny. Ich calle Danny, ich calle Danny. Ich call Danny. Ich call Danny. Sorry. What the fuck? Mich? Bist du gigadumm? Hä? Und der andere ist dann Max, weil der Danny gedeckt hat. Ich hab dich von der Leiche weglaufen sehen. What the fuck? Ich hab Danny nicht einmal gedeckt, what the fuck? Wieso voted Max mich? Oh, Baby! Ja, Mann! GG, Bro. Boom, Bro, stark, Reese. Einmal so, wie der Rede schon sehen hat. Rumatra war der dritte Imposter. Ich weiß ja nichts. Regi, Reese und Rumatra haben gewonnen. Warum machen wir nicht zusammen rum? Rumatra! Rumatra hat mich beim Kill von Kevin gesehen, der Idiot. Und dann bin ich gewendet. Rumatra, du bist so dumm. Aber wie Rumatra und Rewe sich beide erhoben. Ja, und Rumatra deckt mich auch noch. Obwohl er sieht, wie ich jemanden rumbringe. Kevin macht auf jeden Fall Aufgaben. Ich weiß, Kevin ist definitiv safe. Kevin, Alter. Kevin, Kevin, Kevin. Und ich dachte, weil er hatte so viele Möglichkeiten. Wirklich auch nicht. Ich bin da gar nicht durch gerade, Jungs. Wirklich auch nicht, bitte. Ja, doch. Kevin hält sich auch so los. Der sagt die ganze Zeit nichts. Kevin sagt die ganze Zeit nichts. Alter. Kevin sagt nichts und so. Da geht ein Screenshot. Sie postet ein Screenshot, wo man sieht, dass ihr Poster ist ins Discord. Digga, wie kann man so dumm sein? Sie leagt sich selber. Oh mein Gott, Digga. Ich bin an der Stelle raus. Hat Spaß gemacht heute. Kuss auf die Augen. Macht's gut. Bis dann. Und tschüsschen. Bye, bye. Bis morgen. Bis morgen.